Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu New Superlogic EU im Lemonadendschungel. Ja im letzten Part haben wir, ja was haben wir gemacht, haben die Burg gemacht, haben die anderen zwei Welten, drei, äh nein darüber ist glaube ich noch eine, äh vier Welten, gemacht und durften bis jetzt alle Starcoins haben. Ja, haben wir auch und würde ich sagen, machen wir jetzt einfach weiter und gehen in den Wald des Todes und es fängt an mit einer Geisterwelt, toll. Also dieser Part scheint jetzt relativ gut anzufangen, aber naja, mal hinten gucken schnell, da oben glüht etwas, könnte aber auch eine Lampe sein. Da unten wird denke ich mal nichts sein, weil das wäre, da oben ist mies. Weil wie, wenn man da hochkommt ohne getroffen zu werden. Aber ich denke mal da waren die das hier, eingepräzelt. Zack. Ich hasse Geister, die ja so, wow, rumschwören. Wow, ey, das ist mies. Und das hier ist erst recht mies. Und tot. Sorry Leute, gerade aufgepoppt hier. Vera, das nervt. Okay, wir sind tot, ne. Wir haben nur noch Power-Nüsschen, ich würde sagen, nehmen wir die Eisblume, weil die Power-Nüsschen sind im Regelfall sehr nützlich. Ähm, ne. Gut, okay. Einfrieren kann man diese nicht, schade. Wow, das war knapp. Okay. Wenn die mir eine Nuss geben, schätze ich mal, dass die Nuss hier, uah, besser sein wird. Das war mies, Alter. So, zweites Darkoin. Schätze mal, uah, ui, uah, uah. Das ist mies, Mann. Lasst mich raten. Ey, Mann, ihr seid so doof, Alter. Habt ihr mal einen Moment lang drüber nachgedacht, dass das scheiße schwer ist? Ich nehm Power-Nüsschen, jetzt könnt ihr wissen. Moment, Leute. Ich muss mich mal kurz richtig hinsetzen hier, weil ja. Das ist nicht gerade gute Sitzmöglichkeit. Hey, der, der leuchtet aber. So. Kein Bock jetzt hier, uah, da reinzufallen. Das Darkoin vergessen. Oh, ne, mal kurz, Leute. Meine Pfote joggt Ars. Oh. Sehr professionell, Leute. Sehr professionell. Okay, ich hoffe, ich fahre jetzt nicht da rein. Uah. Ah, Mann, bin ich gut. Eih. Eih. Uah. Alter Schweder. So, und jetzt bleib ich nur noch hier oben, Leute. Nur noch da oben. Die Tür interessiert mich gerade überhaupt nicht. Sondern diese ja. Ey, halt, warte. Moment, Moment. Soll das jetzt heißen, dass das hier ne Secret ist? Ich fass es nicht. Ne Secret. Ich fass es nicht. Ne Secret. Gleich ne Secret gefunden. Lass mich ran, geht, mach ich zwar. Hm. Ja, nichts Neues gewesen. Ne Wolkenwelt. Level. Ich würde sagen, die machen wir auch gleich. Weil, ich hab kein Parkier, die... Das Nüsschen zu verlieren. Haha. Und ne Scrawlingwelt. Noch besser kann's nicht kommen. So, und das Wettig mit euch war definitiv wichtig. Da war ne Pflanze drauf, Alter. Ey, mies. Mies, Alter. Ey, sowas von mies, Mann. Ey, nee, Alter, Leute. Oh, der Mist. Ey, das ist... Das ist... Mies. Mies. Ah, wie soll ich denn da rankommen? Also, zwei Star-Coin's hätten wir schon mal... ...gesehen. Ey, oh. Ey, Mann, nicht deine Ernst. Oh, da können wir uns gleich krepieren lassen, Leute. Was da? Oh, Leben, Mann. Was soll ich denn mit dem Leben? Oh, Mann. Ich hasse mein Leben. So, Leben. Die es uns nicht gleich abhanden kommt. So. Falls ich jetzt nicht mal nicht so... ...richtig reden tue. Tut... Ey, da regnet's Leben. Ich fass es ja nicht. Oh, Leute, Leute, oh. Alter, hier geht's ja echt zu, Leute. Wow. Wow. Ich wette mit euch... ...das Nüsschen brauchen wir noch. Genau deswegen. Wow. Wow. Scheibenkleister, ja. Oh, hier riecht nicht so ihr Leben aus. Ich weiß es nicht. Wir haben's geschafft, Mann. Nicht gedacht, du. Und wir haben sogar unser Nüsschen noch. Kann ja nicht besser laufen, ne? Schön für euch. Es wird euch aber nicht viel bringen. Weil ich nämlich jetzt die andere Welt wieder machen werde. Und, äh, ich werde diese jetzt schon verfluchen. Aber ich werde jetzt versuchen, einfach durchzurennen, weil... ...das bringt ja einfach nichts. Und, äh, ich versuche es so gut wie... ...durchzurennen. Uah, Alter, die Stalkin hat mir jetzt sowas von erschrocken, ey. Ja, genau, Tino. Flieg, flieg und sieg, Alter. Ich fass es nicht. Und rein da. Hey, es sah ziemlich professionell aus. Wo ich so wirklich mehr mit Glück gespielt habe. So, und... Bam! Und... Bam! Neues Leben. Und dann wollen wir mal... Nehmen wir links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja, wählt ihr. Ihr könnt wählen. Links oder rechts. Links oder rechts. Gut, nein, könnt ihr nicht. Ich nehme nämlich jetzt... Meist von Meisterhand, äh? Tauchgang der Gesichtspelsen. Äh, ich glaube, das klingt ein bisschen... ...schöner, gemeint von Meisterhand. Äh, Lemonadendschungel 4. Obwohl das... ...nach nicht wirklich gut aussieht. Muss man mal sagen. Sieht überhaupt nicht gut aus. Oh. Na gut. Probieren wir es doch gleich nochmal. Geil mal von Meisterhand. Tod. Schleber. Ich habe eine Blume. Was bringt mir hier eine Blume? Das hätte sie mir gebracht. Komm hier rein. Komm hier rein. Nein. Ui. Äh. Starcoin? Hallo? Geht's? Mach mal, seid's. Zweite Starcoin jetzt. Könnte überall jetzt ein... ...durchgang sein. Uah. Junge. Die hätte man jetzt beinahe Phrasen. Dritte Starcoin, Leute. Und wir haben sie. Alter. Wir haben sie. Und jetzt nichts wie weg hier. �ett, dett, 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 dett. Ich hoffe, die andere ist ein bisschen, naja, ich sage mal, nicht so riskant. Ja, schön, bringt mich dorthin. Ha, ha, toll. Ich sag's bloß, da gibt's auch noch ein Secret. Dann dreh dich dem Spiel jetzt in den Nacken. Ey, ihr seid so mies, Alter. Oh nein, nicht schwimmen. Oh nein, da hinten war bestimmt noch ein Starcoin. Ach, Mann. Gut, dann machen wir's halt anders. Da ist da auch kein. Lass mich ran, die zerquetscht mich. Boah. Ich will's jetzt nicht riskieren. Ne, ist der erste, erste, okay. Ich dachte, ist der zweite. Boah. Tschüss. Nice, Blume wäre jetzt praktisch. Auf jeden Fall. Wow. Auf jeden Fall. Wow. Tödlich, die... ...Ecke hier. So. Oh. Ich schätze mal, das sollten wir nicht verlieren. So, gibt's hier noch etwas? Okay, wir sollten nicht so viel Zeit verplembern hier. Es ist aber schwierig. Lass mich ran, zweite Starcoin. Genau. Da, ja, ja. Autsch. Scheiß Teil. 17 Sekunden. Bitte, lass mich jetzt noch die dritte finden. Und dann ab nach Hause zu Daddy. Ja. Wäre ja auch viel zu einfach gewesen. Ich weiß nicht, suchen wir jetzt gleich nochmal nach der Starcoin oder... Hm, naja, es ist ja nur noch eine. Das heißt, man könnte rein theoretisch durchheizen und gucken. Ey, verhasst mich doch jetzt, Allah. Sagt bloß, es gibt auf beider Seiten ein Secret. Zumindest ist hier was Unsichtbares... ...was fast Unsichtbares dargelegt. Ach, nö, das heißt, ich muss die Welten wiederholen. Oh, Mann. Na, na, gucken wir mal. Guck in mir mal, ne? Gut, hier geht nichts. Oh, 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 oh. Da hat sich was bewegt, Leute. Hallo? Warum ist der jetzt nicht so hochknoppt? Okay, hier ist nichts. Okay, hier ist schon mal Secret. Uh, zu wissen. Und die Starcoin? Schade. Ich bin gut, Mann. Bam, 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 bam. Mehr Secrets. Na, viel Spaß, Tino. Wobei ich sagen muss, äh, dass... ...ich das jetzt nicht als Pflicht... ...Secrets sehe, weil... ...da scheidet ja keine Extrawelt frei. Oder etwa doch? Dächt' ich nicht. Aber ich würde sagen, die Secrets suchen wir später. Das ist sowieso eine Zufallssache, also da, ja. ... ... ... Ey! Sei froh, dass das hier auch noch... Ey! Der Stern ist verpuppt. Kommt, ihr Dreckfächer. Und tschüss. Ja, Mann. Das war eine coole Landung, Mann. Wir haben einen Hubschraubschraub gekriegt. Meins. Dann machen wir gleich mal den Pilz... ...das Pilzhaus. Okay, Leute, ähm... ...ich würde sagen... ...Blume. Zwei. Und... ...ja. Gut. Blume gemerkt. Zwei. Zwei. Und du. Hallo. Rein da. Yes! Mann, bin ich gut. Mann, bin ich gut. Ich bin gut drauf. Geist. Sag ich doch. Ui, ui, ui. Lana, na. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Alter. Hässlicher Stern, alter. Denkst du dir mal frei. Und wieder ein Hubschraubschraub. Na dann. Oh, kein Geist mehr. So würde ich sagen... ...dann machen wir die... ...warte, warte, warte mal. Was? Wickler-Wettlauf. Okay, es könnte sich komisch anhören. Brückenbau der Sumo-Brüder. Nee. Nee, bitte nicht. Okay, wir probieren's. Wir probieren's. Wir probieren es. Okay, Brückenbau... ...hört sich schon mal nach etwas an. So, Starcoin. So, ich weiß, die bekommt man nicht tot. Okay. So. Starcoin erhalten. That is the first Starcoin. Dankeschön. Wird mir noch sehr nützlich sein. So. Haha. Denkst du dir, mein Freund? Ein bisschen verarschen. Und dann funktioniert das schon. Starcoin Nummero zwei. Fügt nur noch die dritte. Ist mir egal. Leben nehme ich auch. Überall gucken. Es könnte über... Ah, über eine Starcoin sein. Wie hier zum Beispiel. Zack. Alle Starcoins. Bam, bam, bam. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Mehr, mehr. Gut, Leute. Sollte... Wir beenden diesen Part hier an dieser Stelle. Und... Solltet dieser Part euch gefallen haben... Einen Daumen hoch, bitte. Darüber wollte ich mich sehr freuen. Und... Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao. Ciao.